Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4hees82 mit einem neuen Mystery Unboxing Video für euch. Und ihr seht schon, ich bin auf dem Sprung nach Frankfurt aufs Rammstein Konzert mit der Emma. Trotz all dem, ich wollte euch noch ganz fix das Paket auspacken vom lieben Alex. Und ich habe wieder vielen herzlichen Dank dafür und ihr hört schon wieder, wer hier rumschnurrt und rumprunkt, nämlich das Katerchen Rudileinchen. Und der macht mich schon wieder aggressiv, du machst mich wieder aggressiv, du kannst dieses Ding noch frei, du bist immer nur am Fressi, 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 Fressi. Ja, ich hoffe euch geht es gut da draußen und ja, ich bekam ein neues Mystery Paket vom lieben Alex. Natürlich so ganz mysteriös ist es jetzt nicht, weil ich wusste ja, oder ich weiß ja ungefähr was es drin ist. Jetzt handelt es sich um die letzte Review, wo ich nämlich euch vorgestellt habe, nämlich Ich Einfach Unverbesserlich Vieh. Und habe ich ja erwähnt, dass wir in Bayreuth auch jetzt die Popcorn Eimer bekommen haben. Ja, vielen Dank an Cineplex Bayreuth. Ich konnte es immer nicht fassen. Und hier ist er auch, nämlich dieser wunderbare Popcorn Eimer von Ich Einfach Unverbesserlich Vieh mit den ganzen verschiedenen Minions drauf. Und habe das natürlich auch gleich in der WhatsApp Gruppe gepostet. Dann schreibt mir der Alex, warum habt ihr diesen Eimer? Bei uns gibt es anscheinend andere. Wie du hast andere? Ja, es gibt wohl andere. Also okay, was auch egal. Du weißt, ich will auch deine Eimer haben. Leider natürlich hier, ich wollte ihm auch eins besorgen. Sondern was auch, wenn er nur ohne Popcorn, also ohne Popcorn verkauft, wie ich es bei uns lerne. Nur mit Getränk und Eindruck. Okay, dann lass es bleiben. Bei uns kann man eben den kaufen, ganz normal. Also ohne alles, einfach nur die Popcorn Eimer. Und ich schaue auch, wie wir es hinbekommen, ob ich auch dir die anderen Eimer besorgen kann. Und er hat es mir mal wieder besorgt, wie immer. Aber auch cool bei uns gab es ja auch bei dieser Riffie auch noch dazu noch ein bisschen Vego-Spielzeug. Ein Modellbau. Also hier echt coole Sache von unserem Kino. Und ja, jetzt kommen wir noch zu dem Paket vom lieben Alex. Das Bärchen ist schon da hier. Natürlich schon, ich kenne ja mein Kaderchen. Er ist immer gleich dabei. Und hier natürlich hier gleich noch ein bisschen Futterchen. Ja, und da ist er natürlich schon gleich wieder zur Stelle. Die kleine süße Ratte. Große Ratte. So, hier. Ach, du bist ja ganz liebevoll. Liebevoll schlabbert er mir meine Hand ab. Sehr schön. Guck mal die schönen Flecken an. Ich tue da hinterher wahrscheinlich keine Sorge. Ja. Jetzt fängt euch nass an. Na komm. So, der Rest. Achtung. Ja, bitte reinstehen. Wow. Er hat sich bewegt. Ja, okay. Ja. Gut. Okay. Also jetzt schauen wir mal in das Paket vom lieben Alex. Und wir hier vielen herzlichsten Dank, mein Freund. dass du mir die anderen Popcorn-Eimer auch noch besorgt hast. Keine Ahnung, warum jetzt eben diese Popcorn-Eimer zu uns kam. Ich finde aber auch sehr schick. Und die anderen eben nur bei ihm gar nicht sind. Also anscheinend muss ich da wohl bewerben drauf, wer was bekommt. Ähm, ja. Okay. Wir machen mal auf. Und dann werden wir gleich mal sehen, was wir hier schönes drin haben. Und da sind sie auch schon. Aber... So. Aufregend. Ih, lass mal. Gehen wir mal dran. Ach, schau her. Die sind kleiner. Aha, aha, aha. Die haben nämlich die Größe von den Minions-Eimer. Guckt euch das an. Das ist nämlich Größe M. Zwei Stück an der Zahl. Einmal das hier. Ich ändere ungefähr besser nicht. Vier. Also ihr seht schon, die Größenunterschied. Large. Und Medium. Kleiner Popcorn-Eimer. Und der andere auch. Also die sind wirklich ein bisschen kleiner. Aber auch, finde ich, sauschön. Alter, ich den Ernst. Jetzt wächst mich der echte rein. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bekomme so. So, auf jeden Fall hier. Der Popcorn-Eimer in Rot. Einmal hier Illuminations. Das Pickable Mi 4. Ich hoffe, ich spreche nachher aus. Für mich ist es immer einfach ich und vorher besserlich 4. Hier das Schriftzug drauf. Und dann hier eben dann die drei Minions. Auch hier wieder schön gestanzt. Wie auch schon jahren auch. Mit Glanzeffekt. Aber der Eimer an sich ist eigentlich matt gehalten. Nur eben das Geprägte ist gestanzt und auch glänzend gemacht worden. Schon mal sehr schick. Und innen ist das Ganze hier so aus. Und auch wieder von PCO wieder hergestellt worden. Wie auch schon dieser hier auch. Ist ebenfalls von PCO. Nur eben für Medium. Also für Kinder eigentlich kann man sagen. Ist dieser Eimer. Und ist für Erwachsene. Ich habe ihn geteilt mit der Emma. Den Popcorn-Eimer hat auch wunderbar funktioniert. Und dann noch der zweite Eimer gibt es auch noch. Und zwar ebenfalls hier. Illumination. Ich enthülle nur für besserlich 4 in Blau. Mit dem Sperrband. In blau, in gelb, schwarz. Und auch hier eben von AVL. Eben dann hier die 3 Minions. Einmal hier mit der Zeitung. Und mit der Sonnenbrille. Innen drin eher un-spektor. Gelegt es mal hier in gelb. Aber auch hier ein weiteres Einmalchen von den Popcorn-Eimer. Hier nochmal vielen Dank, lieber Alex, für diese beiden Eimer. Jetzt sind es aber alle komplett zusammen. So schaut es aus. Einmal hier eben dann der große Popcorn-Eimer. Einmal von uns in Bayreuth. Und einmal hier den Popcorn-Eimer vom lieben Alex. Und da sage ich nochmal vielen herzlichen Dank, mein Freund. Vielen herzlichen Dank. Der Rudi ist gerade rausgegangen aus seinem Nest. Gott sei Dank. Ich hätte euch ihn gerne präsentiert in seinem Karton. Aber das Thema war jetzt dann durch. Und ja, mein Lieben, vielen Dank nochmal, lieber Alex. Und das war es auch schon mit diesem kleinen Unboxing-Video von dem Popcorn-Eimer. Es geht wieder weiter. Und ich denke mal, nächste Woche oder übernächste Woche müsste noch ein weiterer eingeflogen kommen. Auf den freuen wir auch schon sehr, denke ich mal, auch da könnt ihr auch eventuell neidisch drauf werden. Vielleicht bekomme ich auch zwei von ihm. Mal gucken. Und ja, das war es von mir. Bleibt schön gesund. Tschüss mit Ö. Und bieb. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.